Hallo zusammen, Aizocca hier. Falls ihr mich mal live sehen wollt, schaut gerne in die Kommentare. Da findet ihr den Link zu meinem Twitch-Kanal. In diesem Video zeige ich euch die Quest, wie die Mutter, so die Tochter, einzunehmen bei Serra auf den Ebenen von Onara, in dieser Position. Vor-Quest war die Träumerin. Seht euch den Aufstieg von Mervitra an. Oh, ich glaube doch, folgt ein Video, kann das sein? Wenn ja, dann halte ich dann die Klappe im Video. Und wenn wir wieder bei voller Macht sind, wirst du sein Aspekt sein. Ui. Dann nehme ich an. Aber es würde mir gefallen, wenn wir wieder gemeinsam fliegen könnten. Schwingen wir uns gemeinsam in die Lüfte. Fecht mit Mervitra in Landein. Also, einfach Quest abgeben. Okay. Quest ist dann abzugeben, nach dem Gequatsche, bei Mervitra, auf den Ebenen von Onara, in dieser Position. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnier-Knopf ein. Und nicht vergessen in den Kommentaren, Link zu meinem Twitch-Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.